Moin meine Leute, ich bin Willkommen Sprayn oder einfach nur Janik und begrüße gerade dich zurück zu einem neuen Part von Undertale Green. Wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil ich muss ehrlich zugeben, ich bin immer genauso gespannt wie ihr, wie es weitergeht, weil ich die Folgen auch immer an dem Tag aufnehme, wo sie hochgeladen werden. Dementsprechend am Hyped as You Guys, wie ich auch in den Bewertungen natürlich gesehen habe und in den Kommentaren, Freunde, rastet da weiterhin gerne aus, damit das Video schön populär wird, weil das ist ja das Wichtige auf YouTube. Ihr habt auch Bock auf Undertale, Freunde, ich habe eine Menge Undertale-Fangames runtergeladen. Jeden zweiten Tag sollten wir hinkriegen, dass wir hier ein Undertale-Video hochballern. Ich habe Bock und falls ihr mich mal live sehen wollt bei anderen Spielen, twitch.vslashbrain, Freunde, da seht ihr mich jeden Montag, Mittwoch und Samstag. Alright, gehen wir mal in sein Büro. Okay, jetzt schnell, such irgendwie, ich meine Maus, ist noch ein Bild? Such irgendwie nach Dokumenten oder irgendwas. Ich werde hier an der Tür sein und dir sagen, wenn er kommt. Da ist ein Papier am Telefon. Es hat die Lyrics zu einer Musik namens der Wrong Number Song. Er steckt hinter dem Wrong Number Song. Das ist nur eine leere Garderobe. Sieht aus, als ob Cooper hier an einem Projekt für die alten Minen gearbeitet hat. Ist das nicht, wollten wir das nicht? Die öffnen sich nicht. Das sind einfach nur, die Draws sind nur drauf gemalt. drauf gemalte Schubladen. Ist da irgendwas komisches mit diesen Blättern? Du bist sehr still, Cody. Hast du irgendwas gefunden? Sag's mir, was ist das? Oh nein, Cooper kommt. Schnell, versteck dich. Ich werde die Tür blockieren. Da ist kein Platz dafür. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Wir können uns nicht verstecken. Wir können jetzt nicht unsere Marmann rufen. Wie? Wir können nicht unsere Marmann rufen. Ich kann mich hier nicht so verstecken. Ich kann mich, ich kann mich jetzt nicht selber anmalen. No. Das ist unglaublich. Da bin ich eine Stunde nicht da, um Dinge in Snowden zu kaufen. Und das ist das, wozu ich zurückkomme. Ich werde mich, ich finde euch in meinem Büro, wie ihr irgendwie Detective spielt. Was habt ihr überhaupt gesucht? Cooper, es tut mir leid. Wir wollten nur, ich dachte, vielleicht hast du was zu tun mit dem Virus. Oh nein, nicht schon wieder. Warum ich? Hey, was ist los? Ich will das nicht. Du bist genau wie die, was? Worüber redest du? Ich werde nervös. Es passiert alles schon wieder. Du, geht's dir gut? Nein. Nein, mir geht's nicht gut. Sie haben das gleiche mit mir schon in der Vergangenheit gemacht. Und ich werde nicht wieder dazu einknicken, das wieder machen zu lassen. Dann sehe ich nur aus wie so eine idiotische Schildkröte für dich. Und viele haben versucht, das zu tun. Ich werde dafür sorgen, dass das das letzte Mal ist. Eine Seite von Cooper, die wir noch nie zuvor gesehen haben, blockiert den Weg. Talk? Du versuchst mit Cooper zu reden, aber er ist damit bestimmt, darin bestimmt zu tun, was er tun muss. Ich habe diese Purple Power hier aufgenommen, vor einem Jahr, um mich selbst zu verteidigen. Als ob. Wie saucool. Äh, Puzzle? Du gibst ihm ein Puzzle, was er lösen soll. Und er wird nervös. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jappadabadu. Okay, nochmal ein Puzzle. Du gibst ein Puzzle und er wird nervös. Komm schon. Jetzt schlag mich. Zeig mir, was du drauf hast. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach. Boah. You're wondering. Äh, wir erzählen Witz. Du machst einen Schildkrötenwitz. Cooper reagiert nicht. Vielleicht mag er keine Witze. Warum greifst du mich nicht an? Weil ich dich nicht angreifen werde. Das hier ist der Pacifist Run. Äh, noch ein Puzzle. Du gibst ein Puzzle. Und er wird nervös. Warum kann ich dich nicht hassen? Ich sollte dich hassen. Nein, solltest du nicht. Niemand sollte ihn überhandeln hassen. Boah, die Attacken sind voll cool. Noch ein Puzzle. Du gibst ihm ein Puzzle, was er lösen soll. Und er wird nervös. Aber du hast mir immer geholfen, wenn ich's gebraucht hab. Ja, Mann. Er merkt, dass wir ein netter Mensch sind. Wir sind der nette Cody. Der böse Cody kommt erst den nächsten Run. What the shell is going on? Das kann man schlecht übersetzen, weil das würde so viel bedeuten wie Was zum Panzer geht hier ab? Nein, du bist nicht wie die. Du hast bewiesen, dass du nett bist. Real Talk. Ach, du Scheiße. Ich find's schön, dass das hier alles nur einen Schaden macht. Das ist angenehm. Cooper understands everything now. Er versteht jetzt alles. Und wir haben gewonnen. Danke sehr, Mensch. Für alles. Ich hätt nicht gedacht, dass du nicht zurückangreifen wirst. Ich hab gedacht, du bist wie die. Aber jetzt verstehe ich, dass du genau das Gegenteil bist. Tut mir leid, dass ich gefragt hab, Cooper. Aber wer sind die? Ich weiß es. Ich möchte nicht ganz genau drüber reden jetzt. Ich hoffe, das verstehst du. Gibt's irgendeinen Weg, wie ich euch helfen kann? Vergebt ihr dieser blöden Schildkröte? Die jetzt nicht mehr ganz so blöd ist? Gibt's irgendwelche Informationen, die du uns über die geben kannst? Vielleicht diese Angreifer. Vielleicht sind das die Angreifer, die auch den Virus rausgesetzt haben. Es ist die Untergrunds... Uhrwerk... Facility... Fabrik? Wow. Danke sehr. Danke sehr, Cooper. Cody. Wir müssen da hingehen und wir müssen die zur Rede stellen. Dann werde ich endlich meinen Vater imponieren können. Komm schon. Wir müssen los. Okay. Voll cool. Undertale. Green. Chapter 2. The Dark Forest. Kapitel 2. Der dunkle Wald. Jetzt müsste sich eigentlich das Fenster noch... Okay, das ist gerade der Wahnsinn. Es hat gerade... Bei Windows gibt's ja oben immer so eine Überschrift in den Fenstern. Und da stand immer Undertale Green Chapter 1. Und es hat sich gerade bei dem Wechsel zu dem Chapter der Titel des Spiels geändert. Das ist extrem cool. Ohne, dass sich das Fenster geschlossen hat. Man kann einen Titel von einem Windows-Fenster updaten, ohne es zu schließen. Das ist wild. Cool. Sieht so aus, als ob wir aus den Minen raus wären, Cody. Jetzt können wir endlich diese bösen Typen hier ergreifen, die den Virus freigesetzt haben. Das ist so cool. Es fühlt sich an, als ob wir auf einer Mission sind. Und es gibt nur eine Sache, die ich noch auf jeden Fall tun muss, bevor wir unsere Investigation starten. Ich muss einen Freund treffen, der hier in Snowden lebt. Ich muss einen längeren Weg gehen. Also du kannst gerne diese Abkürzung hier nehmen. Wenn du direkt durch den Wald gehst, dann kommst du zu dieser Fabrik viel schneller. Ich werde dich da treffen. Sehr bald. Okay? Oh, ich hab's fast vergessen. Es ist wirklich kalter in den Wäldern. Du solltest was Warmes anziehen, okay? Wie auch immer. Wir sehen uns später. Was war das für eine unfassbar coole Animation? Ohne Witz. Jemand hat's auch in die Kommentare geschrieben. Ich glaube, Biakuli war's. Leon, schöne Grüße. Ähm. Dass dieses Game viel zu... Es ist so krass hochwertig produziert. Ich weiß nicht, ob dieses Video auch irgendwann mal den Developer erreicht. Incredible. Absolutely stunning. Incredible. I freaking love it. Okay. Wir können unsere Hände auf den Schnee legen, aber wir haben's nicht getan. Es ist besser, dass wir warm bleiben. Okay. Sieht aus wie ein guter Ort, wo man Klopf-Klopf-Witze üben könnte. Ich liebe diese ganzen Anspielungen. Es ist so schön. Es macht so Bock, dieses Spiel. Ich will nicht, dass das jemals endet. Sieht so aus, als ob jemand in dem Schnee hier für eine lange Zeit schon feststeckt. Ziehen dann vielleicht raus? Die Nettigkeit ist seeing the best in others, when they can't see it in themselves. Nettigkeit zeigt die beste Seite in anderen, wenn sie es selbst nicht sehen können. In etwa übersetzt. Okay. Den können wir da anscheinend nicht rausrupfen. Schade. Wer ist ehr... Hallo? Möchtest du meinen neuen Job auschecken? Möchtest du vielleicht ein bisschen Schnee nehmen? Und los geht's! Ich wollte Wasser hier verkaufen, aber dann ist es eingefroren. Aber ist okay, weil ich bin mit diesem Jingle... Ich hab mir diesen Jingle ausgedacht über Schnee. Ich denke, der Jingle, den ich vorher hatte... Please don't bother and drink some water. Bitte zögere nicht und trinkst ein bisschen Wasser. Ja, das ist nicht ganz so cool gewesen. Naja, möchtest du irgendwas kaufen? Buy water von Null. Ja, sicher. Das Wasser ist im Glas fest, also nehmen wir das Ganze... Den ganzen Pott mit. Stark. Wir haben jetzt einen Pott Eis dabei. Ja, Punkt. Eis. Buh! Wie süß ist er denn? Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Ich hab dich so erschrocken. Ich kann's nicht erwarten, meinen Freunden das zu erzählen. Au. Wem mach ich Witze? Oder wem mach ich was vor? Ich hab keine Freunde. Und ich kann niemanden erschrecken. Äh. Ich kann dein Freund sein. Also beides ist gut. I can be your friend. Du... Meinst du das ernst? Danke sehr. Oh, das macht mich so glücklich. Mein Name ist Snitch. We don't like Snitches. Snitches get Stitches. Freut mich, dich kennenzulernen. Kannst du... Kannst du mir deinen Namen sagen? Cody. Okay. Ich hab schon lange keinen Menschen mehr gesehen. Weißt du was, Cody? Es ist ein Grund, warum ich glücklich bin. Oder es gibt einen Grund. Egal, wie sehr ich es versuche. Ich kann niemanden erschrecken. Die anderen Geister, die sind so böse. Und deswegen sind sie so böse auf mich. Naja, es gibt zwei andere Geister. Billy und Trevor. Und die sind wirklich sehr gruselig. Aber ich mag da nicht drüber reden. Lass uns über dich reden, Mensch. Es sieht so aus, dass du eine Mission hast. Was? Die Clockwork Facility. Ähm. Lass mich da hinten dichter hinbringen. Ich kenn jeden Weg der Wälder. Folg mir einfach, Freund. Diesen Weg. Nicht nur war das gerade die schönste Musik aller Zeiten, sondern dieser Geist war einfach absolut süß. Schau mal, Freund. Es ist ein Puzzle. Der dunkle Wald ist gefüllt mit solchen. Denkst du, du kannst das schaffen? Okay, ich denke, dass der... Oh. Ice Cream schreit. Äh. Ich mag dich. Du sagst der Ice Cream, dass du sie magst. So, wie sie schmeckt. Aber du hast mich noch nicht geleckt. Äh. What the f... Okay. That was a bit weird. Lick. Du hast die Ice Cream geleckt. Es schmeckt wie Eis. Schmeckt dir der Geschmack? Warum schreit diese Ice Cream so? Du hast der Ice Cream gesagt, dass du sie magst, wie sie schmeckt. Aaaaaah. Das... Wild. Sie schreit jetzt in einem glücklichen... Ton. Fall. So. Die Frage ist jetzt... Oh. I think I fucked up. Yes, I fucked up. Muss der hier auf den Spike? Nee. Muss er nicht. Okay. Ähm. Also ich glaube auf jeden Fall nach oben. Hier rauf. Hier rauf. Dann muss es ins Loch, oder wie? Weil wenn es ins Loch muss, dann weiß ich, was wir machen müssen. Yay. Der Geist ist so süß. Oh. Ich liebe dieses Puzzle. Ich schwöre dir. I won't... Ich werde es dir jetzt nicht erklären. Oder nicht erzählen, wie es geht. Oh Gott. Der Schneejunge ist zu jung, um ein Mann zu sein. Äh. Wir geben ihm mehr Schnee. Du nimmst ein bisschen Schnee und packst es auf den Snowboy. Er fühlt sich langsam erwachsen. Wenn ich größer werde, dann möchte ich wirklich sehr groß sein. Okay. I guess. Snowboy is wondering about the man inside him. Keine Sorge. Noch ein bisschen Schnee. Nochmal drauf. Ich kann nicht warten, groß zu werden. Ich will dich nicht enttäuschen, aber... Erwachsen werden hat auch seine Schattenseiten. Er fühlt sich jetzt wie ein Mann. Sehr schön. Viel Spaß, damit ein Mann zu sein. Viel Freude. Können wir da durchlaufen? Alright. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Müsste der jetzt nicht so? Yeah. Und dann habe ich ihr erzählt... Du kannst mir nicht sagen, was du tun sollst. Du bist eine Frau. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß, warum sie scheiße sind. Du bist der beste, Billy. Frauen sind blöd. Weißt du, was auch blöd ist, Trevor? Was, Bro? Hunde. Okay. Okay. Und Eichhörnchen. Und Boote. Ich mag eigentlich Boote. Ja. Boote sind okay. Ich habe ein Boot heute gesehen. Das ist cool, Bro. Also. Wie war dein Tag? Oh, ganz cool, Bro. Ich habe Stitch den ganzen Tag nicht gesehen. Der heißt gar nicht Stitch. Ich glaube, sein Name war Switch. Nein. Ich glaube, Stitch. Wollen wir ihn suchen? Klar. Lass uns ihn kaputt schlagen. Bro. Okay. Wir sollten hoffen, dass sie uns nicht finden. Oh nein. Ich glaube, die werden uns aber finden, früher oder später. Wer ist er denn da oben? Ich war am Fliegen, aber dann... Ähm... I don't know. Distracted. Dann wurde ich... Äh, 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 äh... Aufmerksamkeit hatte er nicht mehr. Ich weiß gerade nicht, welches... Schwierig. Also bin ich mit meinem Kopf in diesen Baum geflogen und das hat mir wirklich sehr wehgetan. Ich sollte wahrscheinlich was Kaltes auf ihn packen. Ich frage mich, wo ich was Kaltes finde. Ich habe was! Sag mir, wo man was Kaltes findet. Äh, 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 ich... Ich habe doch... Ich habe doch Eis. Schau niemals jemand auf jemanden herab, außer du möchtest ihm helfen. Oh. Außer du möchtest ihm helfen, aufzustehen. Nicht schlecht. Das ist stark. Tell me if you know where to find something cold. Naja, eigentlich das, was ich in meinem Inventar habe. Naja. Aber das möchte er anscheinend nicht haben, so wie es aussieht. Und, Freunde, wenn euch das Ende von Chapter 1 und jetzt der Anfang von Chapter 2 von Undertale Green gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das wäre es erstmal von Undertale Green. Wir sehen uns. Euer Brain. Tüdelü mit Ü. Schaut ihr gerne in den anderen Undertale Fangames rein. Die Playlist ist gepflegt. Alle neuesten Parts sind da drin. Es sind super viele Videos mittlerweile schon. Und es werden immer mehr. Schaut also gerne rein. Vielleicht findet ihr auch was Neues. Und bis dann. Tüdelü mit Ü.